Hi, ich bin's wieder und heute erzähle ich euch etwas über die Dreharbeiten an den verschiedenen Arbeitsplätzen der Hochschule Düsseldorf. Über die Tage waren wir in unterschiedlichen Laboren der Hochschule Düsseldorf und konnten dort aufnehmen, wie das Arbeiten wirklich aussieht. Dabei haben wir nicht nur tolles Bildmaterial bekommen, sondern auch selbst einen guten Einblick in die Arbeitswelt der Beschäftigten der Hochschule Düsseldorf erhalten, den man so als Studierender nicht bekommt. Ein besonderes Highlight zum Abschluss der Dreharbeiten waren die Flugaufnahmen des neuen Campus Düsseldorf bis schönstem Sommer, bitte!